Hey, hast du auch den Traum, immer mal Profispieler zu werden und in der Bundesliga zu spielen? Naja, der Weg ist steinig und schwer. Und nicht jeder hat die Chance, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu kommen. Deswegen trag dich jetzt ein in die Nachwuchsspieler-Datenbank und lass dich entdecken. Ich meine, auf die Weise kannst du deine Stärken präsentieren, du kannst in den Kontakt treten mit Managern und Trainern und du kannst einfach deine Karriere auf eine neue Stufe bringen. Also, Nachwuchsspieler-Datenbank.